Jo Leute, was geht ab? Das ist das zweite Infovideo zu Relikte Letzter Nacht. Und jetzt komme ich einfach mal hierzu. Es gibt nämlich drei Meet & Greets zu gewinnen. Und diese werden verlost unter allen Leuten, die ein Amazon-Screenshot von ihrem Kauf machen und das Ding an gewinnspiel.at.kf.de schicken. Oder halt natürlich die Leute, die es im Laden gekauft haben, ein Bild mit der CD und dem Kastenbaum dahin schicken in der Release-Woche. Einsendeschluss ist der 28.11. Also ihr könnt jetzt schon mal losgehen, einfach auf Amazon vorbestellen. Dann ein Screenshot machen von eurem Kauf und das an die E-Mail-Adresse schicken. Die ist auch nochmal hier unten eingeblendet. Ganz, ganz, ganz safe. Und da werden drei Meet & Greets verlost und die sehen so aus, dass wir zu euch nach Hause kommen. Und ja, schreibt noch eure Lieblingspizza mit in die Adresse. Ja, da können wir dann, bringen wir Pizza mit und kommen vorbei. Das wird richtig nice. Ansonsten, was wollte ich heute noch erzählen? Achso, ja, 28.11. ist der Einsendeschluss. Und denkt auf jeden Fall daran, eure Adresse, euer Namen und eine Telefonnummer und so weiter in die E-Mail mit reinzuschreiben. Und halt das Bild natürlich anhängen. Ansonsten wollte ich heute noch die Features erzählen. Und zwar habe ich natürlich drei Features auf dem Album. Das sind einmal der Lined, den kennt ihr natürlich alle von Nie Wieder Niemand. Der Song ist ja auch schon vorher rausgekommen. Und T-Zone ist mit drauf auf dem Song. Das geht auch vorbei. Und dann haben wir noch einen ganz besonderen Gast. Und zwar den Sierra Kid. Kennt ihr wahrscheinlich auch alle. Hat auch sein Album vor kurzem rausgebracht und ist da mit auf, was ist wohl gesagt, gechartet auf sechs oder sieben, glaube ich. Ziemlich gut. Ist einer der besten Songs auf dem Album geworden, meiner Meinung nach. Und das ist, da freue ich mich sehr drüber. Sierra Kid ist mit drauf. Ja, ansonsten wollte ich noch sagen, dass die nächste Single am 10.10. kommt. Die heißt Wir Seien. Ist die zweite Single. Kommt auch mit einem richtig fetten Video und natürlich überall digital zum Download. Das solltet ihr euch vormerken. Ja, ansonsten bestellt das Album vor. Macht einen Screenshot davon. Und dann habt ihr die Chance hier mitzumachen. 28.11. ist Einsendeschluss. Und ja, Premium Edition, Standard Edition gibt es auf Amazon als physische CD und natürlich dann in den Läden. Ab 14.11. kommt das Album. Ich freue mich drauf. Macht alle mit. Und wir sehen uns. Dann sehen wir uns am Montag in dem nächsten Video. Bis dahin. Peace. Und alles Gute. Bis dahin. Vielen Dank.